Throw your packages in the wind. Wirf deine Pakete und Päckchen einfach in den Wind. Wage die Stille, folge der Stille in dir. Lass uns zusammen jetzt sofort vollkommen in diese Stille eintreten. Klarheit und Weiter der Stille. Licht der Stille. Der Stille, dem Hellen in dir selber folgen. Und du bist, weil Geist, weil Licht in dir ist. Alles andere ist Zuwerk, ein Traum, wie ein Schatten, wie Rauch. Stille. Magie der Stille. Öffnet das Herz und das Herz wird frei. Frei für uns, frei für andere, frei hier, 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 jetzt zu sein. Frei für Freude. Frei für das Helle in dir. Frei für's. Frei für's. Frei für's. Vier für's. Stille. Öffnet. Inneres Licht. Öffnet. 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 Vielen Dank. Du selbst zu sein jetzt in Stille ist zutiefst wunderbar jetzt. Folge nur aus der Stille, dem Hellen, dem Lichten in dir. Jetzt zusammen, wir gemeinsam. Vielen Dank. Alles, was du beobachten kannst, ist nicht der Beobachter. Wer bist du? Stille. Inneres Licht. Inneres Licht. Inneres Licht. Lass dich selbst in das Helle in dir fallen. Die Stille ist das Tor. Der Weg. Das Sein. Und stiller sein. ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.